Pure Vasana, die Stellung der Vorderseite. Raffaela zeigt, wie es geht. Nimm die beiden Beine und gib die Unterschenkel hinter die Schultern und kreuze die Füße hinter dem Kopf oder besser noch hinter dem Hals. Dann mache Fäuste mit den Händen und lege eine Faust über die andere. Idealerweise steht im Garotes Enzyklopedia of Yoga Asanas die rechte Hand über die linke. Und dann schaue zum Punkt zwischen Augenbrauen und atme tief ein und aus. Pure Vasana, also die Stellung der Vorderseite. Du bist hinten geschützt und von vorne öffnest du dich nach vorne. Es hat auch etwas wie eine Schildkröte, die sich aufrichtet. Die Stellung wird ja auch manchmal als Utita Kurmasana bezeichnet, die aufgerichtete Schildkröte. Pure Va heißt übrigens vorne. Pure Va steht manchmal auch für den Osten, so wie Paschema hinten heißt und für den Westen steht. Du kannst in dieser Stellung dich auch zum Osten hin bewegen und deine Vorderseite zur Sonne hin öffnen.